Freitag, 27. Juli 2018 10.52 Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren. Schule aus, ab ins Auto, und ans Meer, was verlockend klingt, könnte sich dieses Wochenende als schlechte Wahl erweisen. Denn der ADAC erwartet das schlimmste Stauwochenende der Saison. Mit Bayern und Baden-Württemberg starten die letzten Bundesländer in die Sommerferien. Viele Familien aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden fahren erst jetzt in den Urlaub. Doch auch auf dem Rückweg von Nord- und Ostsee, sowie aus dem Süden staut es sich höchstwahrscheinlich. Denn in Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland, sowie in Teilen Skandinaviens beginnt bald das neue Schuljahr. Der ADAC empfiehlt als Reisetage deshalb Dienstag oder Mittwoch. Die Staurouten Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee Großraum Hamburg und München a 1 Köln, Dortmund, Bremen, Hamburg, Puttgarden a 2 Dortmund, Hannover a 3 Oberhausen, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Passau a 4 Kirchheimer Dreieck, Erfurt, Dresden a 5 Hattenbacher Dreieck, Frankfurt, Karlsruhe, Basel a 6 Mannheim, Heilbronn, Nürnberg a 7 Hamburg, Flensburg a 7 Hamburg, Hannover, Kassel, Würzburg, Ulhelm, Füssen schrägstrich Reuter a 8 Karlsruhe, Stuttgart, München, Salzburg a 9 Berlin, Nürnberg, München a 10 Berliner Ringer 11 Berlin, Dreieck Okamarka 19 Dreieck Wittstock schrägstrich Dosse, Rostock a 24 Berliner Ring, Dreieck Wittstock schrägstrich Dosse a 61 Mönchengladbach, Koblenz, Ludwigshafen a 72 Hof, Leipzig a 81 Stuttgart, Singen a 93 Inthal Dreieck, Kufstein a 95 Schrägstrich B2 München, Garmisch-Partenkirchen a 96 München, Lindauer 99 Umfahrung München, Staufallen im Ausland, Österreich, A 1 West Autobahn Salzburg, Wien, A 10 Tauern Autobahn Salzburg, Villach, A 12 Inthal Autobahn Kufstein, Innsbruck, A 13 Brenner Autobahn Innsbruck, Brenner sowie die Fernpassroute B 179. Deutlich weniger Stau in Richtung Süden wird auf der Strecke über den Fehlbertauern-Tunnel erwartet. Schweiz, A 2 Gotthardroute vor dem Gotthardtunnel, A 13 San Bernardino Route, A 1 St Gallen, Zürich, Bern und die A 3 Basel, Zürich, Kur. Eine gute Alternative zur Gotthardroute ist die Lütschberg-Verladung per Autozug. Italien, A 22 Brenner Autobahn Brenner, Modena, A 23 W Lach, Pudine, 4 Brescia, Verona, Venedig, Triest, 7 Mailand, Genua, 9 Chasso, Mailand sowie der Großraum Mailand. Slowenien, A 2 Karawankentunnel, Ljubljana, Zagreb, 1 Ljubljana, Kupa sowie die Strecke von Spielfeld Österreich nach Marzell an der kroatischen Grenze. Außerdem ist die Adria-Küstenstraße zwischen Kupa und Hizola dauerhaft gesperrt. Autofahrer müssen hier auf die mautpflichtige H 6 ausweichen. Kroatien. Als größte Staufalle gilt die Strecke Triest, Rijeka, die A 1 bzw. A 6 Zagreb, Rijeka sowie die Küstenstraßen in Dalmatien. Grenzkontrollen. Kroatien-Urlauber sollten sich bei der Rückkreise an der kroatisch-slowenischen Grenze auf Kontrollen einstellen. Staus bilden sich vor allem an den Grenzeübergängen Dragonia und Rupa, sowie an den Grenzstellen Nobrezje und Matzei-Urlauber.